Ich wurde im Jahr 1632 in der Stadt York geboren, von guter Familie, die aber nicht aus diesem Land stammte, denn mein Vater war ein Ausländer aus Bremen. Zuerst hatte er sich in Hall niedergelassen, wo er als Kaufmann einiges Vermögen erwarb. Später verließ er sein Geschäft, zog nach York und holte sich von dort meine Mutter zur Ehefrau, deren Angehörige, eine sehr gute und in der Gegend angesehene Familie, sich Robinson nannten. Und mich hieß man daher Robinson Kreuzner. Aber durch das gewöhnliche Verderben der Wörter in England nennt man uns jetzt und nennen wir uns selber und schreiben uns Crusoe. Da man mich als den dritten Sohn der Familie in keine Lehre gegeben hatte, füllte mein Kopf sich bald mit abenteuerlichen Vorstellungen. Mein Vater, der schon sehr alt war, hatte mich gewissenhaft erzogen und wollte einen Juristen aus mir machen. Aber ich hatte nichts anderes im Kopf, als zur See zu fahren. Und diese Begierde trieb mich gegen den Willen, ja gegen den Befehl meines Vaters und gegen alles Bitten und Zureden meiner Mutter und anderer wohlmeinender Freunde dermaßen stark, dass in einer so leidenschaftlichen Neigung, die mich später geradewegs in das mir verhängte Leben voller Elend führen sollte, ein dämonischer Zwang zu liegen schien. Eines Morgens rief mein Vater, ein kluger und gesetzter Mann, mich in sein Zimmer und fragte mich, was für Ursachen außer der Lust am Umherschweifen ich habe, um sein Haus und das Land meiner Geburt zu verlassen, wo mir die Zukunft offen stehe und ich alle Aussicht habe, durch Fleiß und Arbeit mein Glück zu machen und dabei noch ein angenehmes und leichtes Leben zu führen. Er sagte, nur Leute in verzweifelten Umständen oder aber solche, die es weiter als ihre Mitmenschen bringen wollten, wagten sich auf der Suche nach Abenteuern in die weite Welt hinein, um durch Unternehmung abseits von den gewohnten Wegen zu großem Reichtum oder zu ungemeinem Ruhm zu gelangen. Derlei Dinge seien aber für mich entweder allzu hoch oder gar zu weit unter mir. Ich gehöre dem Mittelstand an, genauer gesagt der oberen Schicht des niederen Lebenskreises, die er in langer Erfahrung als den besten Stand der Welt befunden habe, als den Stand, welcher der menschlichen Glückseligkeit am günstigsten sei, da man in ihm weder dem Elend und der Härte, dem Mühsal und der Plage des Handwerker- und Tagelöhner-Daseins noch auch dem Hochmut, der Üppigkeit, dem Ehrgeiz und der Missgunst der höheren Stände unterworfen sei. Er hieß, mich nur genau Acht zu haben, so würde ich immer finden, dass der höhere und der niedere Stand der Menschheit sich gemeinsam in die Unglücksfälle des Lebens teilten, dass dagegen den Mittleren das Missgeschick am ehesten verschone. Auf diesem Mittelweg gingen die Menschen still und gemächlich durch die Welt und bequem aus ihr wieder hinaus. www.w.de.de.de.de.de.de.de.de.de.de.de. Untertitelung des ZDF, 2020